Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute Annika zum ersten Mal auf diesem Kanal zu Gast. In meinem anderen Kanal habe ich ja bereits schon ein paar Videos mit ihr gemacht und ihr kennt sie sicher vielleicht auch von meinem Instagram. Instagram ist ja hier auf diesem Kanal auch verlinkt in der Infobox und auch auf der Kanalhauptseite. Und auf Instagram ist Annika auch öfter mal zu Gast. Heute möchte ich euch Annika einfach mal vorstellen. Annika, wer bist du eigentlich? Wie vierten Semester studierst du hier in Sofia Zahnmedizin? Erzähl einfach mal ein bisschen was über dich und deinen Weg hierher. Hallo, ich bin 21 Jahre alt, werde bei 22, bin jetzt ins vierte Semester gekommen. Also ich bin gerade in der ersten Woche vom vierten Semester, studiere hier in Bulgarien und komme in Deutschland aus der Nähe von Gießen. Okay, cool. Und ja, wie bist du auf das Studium in Bulgarien aufmerksam geworden? Warum studierst du letzten Endes hier und nicht in Deutschland oder an einer anderen Universität, beispielsweise in Ungarn oder in Österreich? Also warum Bulgarien? Also erstmal, ich habe mich gar nicht im Abi angestrengt, hatte deswegen nur 2-1. Also nur, das ist jetzt eigentlich auch nicht schlecht, ist ja ein gutes Abi im Grunde, da kann man eigentlich nichts dagegen sagen und ganz viele von unseren Kommilitonen haben auch schlechtere Noten. Also da gibt es auch Leute, die mit einem 3-2 oder 3-3 Abi hier studieren, aber es gibt natürlich auch Leute, die besser sind, die auch einen Einserschnitt haben. Ja, definitiv nicht genug, um in Deutschland einen schönen Platz in der Zahnmedizin zu bekommen. So war mir aber auch zu Abi-Zeiten egal, da wollte ich noch gar nicht Zahnmedizin studieren, habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Wollte dann irgendwann Zahnmedizin studieren, habe natürlich keinen Platz in Deutschland bekommen, habe dann auch überlegt, nach Österreich zu gehen, mich auch da beworben. Aber wenn man in Österreich anfängt zu studieren, kann man nicht nach Deutschland zurück wechseln und ich plane schon nach dem Physikum wieder in Deutschland zu studieren, um einen deutschen Abschluss zu bekommen. Deswegen war Österreich dann irgendwie schon so halb raus, habe mich dann über das EU-Ausland informiert, habe mir da ein paar Unis angeguckt und bin dann irgendwann auf Marseilles Kanal gestoßen und kam eben auf die Idee mit Sofia und habe dann auch die Universität hier verglichen mit allen anderen Unis im Ausland und mich dann auch für Sofia entschieden, weil es einfach bezahlbar ist, ich relativ sicher nach Deutschland zurück wechseln kann, also mir alles anerkannt wird und es da gar keine Probleme gibt und es hier halt wirklich vom Syllabus, also vom Inhalt und dem Ablauf der Fächer sehr, sehr ähnlich ist wie in Deutschland und auch extrem viele Deutsche hier studieren. Also wir sind mehrere hundert Deutsche an der Uni. Das heißt, man bekommt nicht so wirklich Heimweh, weil man eigentlich die ganze Zeit von Deutschen umgeben ist. Okay, und wie sieht es denn, du bist ja ein Mädchen, wie sieht es aus mit der Sicherheit? Hier hast du dir da Gedanken gemacht und wie, was waren die Erwartungen, was ist die Realität in Bulgarien? Viele Leute haben ja Vorurteile, wenn es um das Thema Bulgarien, Osteuropa generell geht. Ja, also das mit den Vorurteilen ist echt krass, auch so bei mir im Umfeld eigentlich mal so, Gott, du bist nach Bulgarien gegangen. Die Stadt ist nicht wunderschön, aber hat auch extrem schöne Ecken und es ist halt einfach eine ganz normale europäische Hauptstadt. Ich studiere nicht irgendwie auf einem anderen Kontinent in einem super armen Land. Also klar, Bulgarien ist um einiges ärmer als Deutschland und ist auch im EU-Vergleich. Aber es ist halt eine Hauptstadt. Hier gibt es alles, was es in Deutschland auch gibt. Also in Sofia, ja. Genau, und die Sicherheit, also ich fühle mich in Sofia sicherer als in Frankfurt abends. Und ich laufe hier auch ganz normal abends im Dunkeln alleine rum, ohne mir Sorgen zu machen. Genau, also gerade im Zentrum gibt es über 4000 Kameras. Hier hat ja auch das Europäische Parlament den Hauptsitz gehabt eine Zeit lang. Die waren ja Gastgeber. Da war, also seitdem hat es ja auch nochmal sehr viel getan und die Stadt ist extrem sicher, auch im internationalen Vergleich. Bulgarien hat ja auch eine der niedrigsten Kriminalitätsraten in Europa, was ja auch sehr interessant ist und gerade das Gegensatz zu dem, was man so in den Medien zeigt. Wenn man Bulgarien so ein bisschen damit konfrontiert, dass man erstaunt ist, wie wenig hier kriminell ist oder dass man auch sehr wenig betrunkene, besoffene Leute abends auf der Straße trifft. Also sowas bekommt man so gut wie nie zu sehen, jedenfalls nicht im Zentrum. Dann sagen die immer, ja, alle Kriminellen sind ja auch, alle Kriminellen-Bürgerinnen sind ja auch in Deutschland. Das ist so ein bisschen so ein platter Witz, aber es ist wohl irgendwie schon was dran. Ja, und ja, wie läuft es mit dem Studium? Bist du zufrieden? Kriegst du hier was beigebracht? Ja, blöd da nicht. Ja, dann sag mal ein bisschen was über die Qualität der Ausbildung der Professorin. Ich denke, das interessiert eben auch viele von euch da draußen, die sich überlegen, im Ausland Medizin zu studieren. Ist das wirklich vergleichbar mit einer deutschen Ausbildung? Egal aus welchem Land ihr kommt, ja, ich habe in Spanien gelebt, in Frankreich gelebt, eine Zeit lang, ich habe in England gelebt, während meiner Schulzeit. Und ich habe das wirklich gemerkt, jedes Land denkt halt von sich, die sind die Allergeisten. Und wir denken das halt auch, aber wir wissen gar nicht, dass die anderen, die Schweizer, die Franzosen usw. auch denken, dass sie die Allergeisten sind, dass sie die beste Bildung haben, das beste Abitur, die besten Studiengänge, die besten Ärzte, das denken wirklich alle von sich. Und das denken wir natürlich auch, und das bekommt man auch so beigebracht. Und es ist dann schon immer wieder erstaunlich, dass die Unterschiede halt dann doch gar nicht so groß sind, weil natürlich ist da auch viel mit dem nationalen Ego damit verbunden. Wir sind halt so erfolgreich, oder wir haben so eine starke Wirtschaft, weil wir halt irgendwie viel besser sind als die anderen. Und es ist halt in Wirklichkeit alles viel komplizierter. Und Bulgarien steht eigentlich in Sachen Bildung Deutschland in nichts nach. Nur ist es so, dass die gebildeten Bulgarien dann halt einfach das Land verlassen und einfach in wirtschaftsstärkere Regionen gehen und dann die Elite einfach weggeht. Und dann letzten Endes halt viele Leute, die dann noch hierbleiben, eben nicht so gut ausgebildet sind und deswegen eben die Region hier ziemlich arm ist und generell Brügan eben nicht so wirtschaftsstark ist, was aber auch wieder auf Sofia nicht zutrifft, weil Sofia ist an sich jetzt schon ein relativ starker, wirtschaftsstarker Ort. Und hier sind auch viele IT-Firmen angesiedelt. Wird auch manchmal ein bisschen als IT, als Silicon Valley Europas bezeichnet, auch wenn Berlin und Paris da halt wirklich auch sehr stark sind. So ist Sofia halt wirklich auch wirklich mittlerweile eine sehr starke Sache im IT-Bereich. Und die haben auch den schnellsten Internetanschluss Europas hier gelegt. Und ja, also wirklich rückständig ist es hier auf jeden Fall nicht. Genau. Und zur Uni, also ich bin sehr zufrieden hier zu studieren. Es ist klar, genauso wie in Deutschland, dass es Professoren gibt, die einfach besser sind als andere Professoren. Aber was mir aufgefallen ist, dass besonders im Anatomie-Departement fast alle Professoren in Deutschland gearbeitet haben. Also fast alle sprechen Deutsch. Fast alle haben mehrere Jahre in Deutschland gearbeitet, an großen Universitäten. Zum Beispiel einer hat jahrelang in München gearbeitet. Oder auch... Die Chinoba, die war öfter in Köln, glaube ich. Genau. Und dann gibt es ja noch jemanden... Sitchev, genau. Sitchev, der hat in diesem Semester die Vorlesung in Anatomie bei mir gegeben. Und bei dem ist es eben so, der arbeitet ein Semester in Deutschland, in Göttingen an der Universität und das andere Semester hier in Sofia. Das heißt, der spricht halt auch fließend Deutsch. Wenn man Fragen hat, kann man ihn auch auf Deutsch fragen. Und die haben natürlich den direkten Vergleich vom Niveau hier in Bulgarien und wie es eben in Deutschland abläuft. Und ziehen auch... Also besonders der Professor, der ein Semester in Deutschland arbeitet, wird dann nicht, wenn er hier an die Uni kommt, plötzlich das Niveau wieder sinken lassen. Genau. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, also das ist auch sehr bezeichnend generell, dass es relativ viele bulgarische Professoren in Deutschland gibt. Weil in Deutschland, ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht euch da ein bisschen auskennt, an der Uni gibt es einfach in jedem Fach wahnsinnig viele Leute, die promovieren. Also gerade in der Medizin. Davon dann viele, die dann eben Doktoranden sind, Postdocs sind, die eben da eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Gerade im medizinischen Bereich ist das auch sehr, sehr gefragt. Viele Leute, die wollen gar nicht Ärzte werden, die wollen die Forschung. Und da gibt es dann wirklich sehr viele und die kämpfen dann letzten Endes. Darum investieren ja viele Jahre, um Professor zu werden und für denen schaffen es nur wenige. Und das ist natürlich ein extremes Haifischbecken. Ihr müsst euch es euch so vorstellen, ihr forscht sechs, fünf Jahre lang an mehreren Projekten und ihr bekommt ein ganz, ganz schlechtes Gehalt, aber eben die Hoffnung, Professor zu werden. Und jetzt stellt euch vor, natürlich hat da jemand vom Ausland viel schlechtere Karten, denn letzten Endes ist es Politik. Da geht es ganz viel um Netzwerken, da geht es ganz viel um, ja, Wissenschaft besteht eben zum großen Teil aus Politik, aus politischen Beziehungen sozusagen. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass da eben viele Bulgaren eben an deutschen Universitäten unterrichten, weil es für die viel schwieriger ist, sich da durchzusetzen. Und das zeigt halt auch wieder, wie gut die Profs sind und ja, das können halt auch in unserer Universität studieren. Also ich würde mal sagen, wenn man als Ausländer in Deutschland eine Professur bekommt, dann sollte man schon entweder aus China sein, die sind ja in der Musik sehr stark, oder man sollte halt aus einem mächtigen Land kommen, oder man muss halt übelst gut sein, weil Bulgarien ist jetzt ja auch kein besonders politisch einflussreiches Land. Also das ist wirklich sehr bezeichnend, finde ich. Genau. Also es ist so, man kann definitiv auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland studieren. Es gibt sehr, sehr viele Studenten an dieser Uni, die wirklich extrem gut sind. Und ich würde auch von mir behaupten, dass ich in Deutschland das Saar-Medizinstudium genauso gut hinbekommen würde. Aber man kann auch sagen, dass es auch ein paar Studenten gibt, die sich hier vielleicht einfacher so ein bisschen noch durchmuggeln können, weil man eben weniger Druck hat, nicht nur drei Versuche für eine Prüfung hat, sondern auch mal mehr und man nicht direkt aus der Uni wieder exmatrikuliert werden kann oder rausgekickt wird, wie es in Deutschland mal passieren kann, wenn es zum Beispiel dem Professor da in der prothetischen Arbeit nicht gut genug gefallen. Genau. Also ich denke, es ist ja ein bisschen sanfter. Natürlich ist es so, du bist jetzt im vierten Semester. Es wird dann schon noch mal so ein bisschen geguckt, bis zum, es ist halt so ein bisschen kulant, bis dann im dritten Jahr halt schon sehr, sehr streng ist und die Leute dann wirklich viel Druck auf einen machen, wirklich alles zu lernen. und jemand, der sich da wirklich quer stellt, der wird dann im dritten Jahr erst rausgeprüft. Das heißt, es gibt auch manchmal Leute hier, die in Deutschland ja gar nicht reinkommen würden, die halt eigentlich gar nicht lernen wollen und die fliegen dann bei uns erst im dritten Jahr raus. Die fliegen dann aber raus, weil lernen muss man halt schon, aber jeder, der wirklich motiviert ist, der das will, der schafft es dann auch. Also das sind dann halt wirklich Leute, wie du gesagt hast, die dachten, dass sie sich durchmücken können. Das klappt dann bei uns eben auch eine gewisse Zeit. Im dritten Jahr werden die dann aber alle rausgekickt und spätestens im fünften Jahr, was dann halt für die umso schlimmer ist. Letzten Endes aber von den Deutschen gibt es da jetzt keinen, der Probleme hat und ich kenne da wirklich niemanden, der da irgendwie, der zwar sagt, hey, ich lerne auf Klausuren, aber ich schaffe das nicht, sowas habe ich nicht mitbekommen. Es gibt ein paar Lernverweigerer, würde ich die mal bezeichnen, also Leute, die die Einstellung haben, ja in Bulgarien, ja, da muss mir eh keine Mühe geben, ja, solche Leute, also du musst natürlich auch lernen, musst dich auch hinsetzen auf die Klausuren, in den Klausurenphasen lernen, ja, aber es ist schon deutlich humaner als in Deutschland. Es wird viel mehr Rücksicht genommen und es ist jetzt ein Endes ein Privatstudiengang, das heißt, die Professoren arbeiten nicht gegen euch, sondern mit euch. Genau. Und natürlich profitiert ihr, gerade bei den Humanmedizinern, bei den deutschen Zeitmedizinern ist das ja auch in Kleingruppen, aber gerade die Humanmediziner profitieren hier eben an einer sehr engmaschigen Betreuung in Kleingruppen und da ist es ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Massenstudiengang, wo man eben komplett anonym studiert und wo sich in Deutschland keiner für alle interessiert und auch keiner für Fragen so wirklich, ja, sich verantwortlich fühlt, außer man hat eben eine besondere Verbindung zu einem Professor und der sieht einen als Mentor, was halt wirklich nur bei den besten Studenten passiert. Hier in Sofia würden auch mittelmäßige Studenten haben die Möglichkeit, den Professor mal nach der Stunde aufzusuchen und sich nochmal was erklären zu lassen. Also, das geht alles schon. Ja. Ja gut, dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was Annikas Verlauf im Studium betrifft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt was mitnehmen können, ihr habt ein bisschen was über das zahnmedizinische Studium auch in den jüngeren Semestern gelernt und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir immer gerne schreiben, ich habe meine Kontaktdaten unten in der Infobox hier unter diesem Video angegeben. Ich antworte immer, auch wenn es manchmal klausurenbedingt ein bisschen länger dauert und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, aktiviert auch die Glocke, das ist wirklich ganz wichtig, damit ihr das Video auch angezeigt bekommt und ja, ansonsten werdet ihr wahrscheinlich das nächste Video, das ich hochlade oder die weiteren gar nicht mehr wirklich angezeigt bekommen und ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Tipps habt für die nächsten Videos und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, euer Marcel.